Vor erst 52 Jahren war die größte Errungenschaft, farbiges Bild im Fernsehen zu haben. Seitdem her ist unsere Technik exponentiell nach vorne geschritten. Heute lassen sich übers Internet auf dem heimischen TV alle Arten von Medien einfach streamen. Wie du deinen Fernsehen zu Hause selber mit dem Internet verbinden kannst, zeige ich dir in diesem Video. Viel Spaß! Abonniere meinen Kanal jetzt, um keine weiteren Videos rund um Hard- und Software vom PC sowie vom Handy zu verpassen. Schau dir das Video nach Möglichkeit bis zum Schluss an. Ich erläuter dir diverse Vorgehensweisen, die auf den unterschiedlichsten Technikstandards basieren, die du daheim hast. Mit den richtigen Mitteln lassen sich auch in die Jahre gekommene Geräte umstandslos mit dem Internet verbinden. Dazu aber im weiteren Verlauf mehr. Zu Beginn an gilt zu prüfen, über welchen Stand der Technik du verfügst. Hast du ein Fernsehgerät daheim, welches über die Standard-Bildanschlussmöglichkeiten verfügt? Hat dein Gerät nur einen konventionellen LAN-Anschluss oder vielleicht schon integrierte WLAN-Funktion? Um das herauszufinden, schau dir dafür einmal die Rückseite des Gerätes oder besser noch die Bedienungsanleitung an. Sofern letzteres der Fall ist, hast du es mit am einfachsten. Über den Menüpunkt auf deiner Fernbedienung wechselst du in die Einstellungen und findest dort in aller Regel den Menüpunkt Netzwerke oder Drahtlosverbindungen und den wählst du aus. Hier startet meist automatisch der Suchlauf und zeigt dir Netzwerke der Umgebung an. Das einzigste, was du nun noch wissen musst, ist der Name und der Zugangsschlüssel zum Internet. Eingetragen und auf Verbinden geklickt, bist du nun im Internet. Hast du einen Smart TV, bedeutet das, dass dein Gerät internetfähig ist, jedoch nicht zwangsläufig mit integrierter WLAN-Funktion daherkommt. Um die Gerätschaft kostengünstig um diese Funktion zu erweitern, führst du einen Wi-Fi-USB-Adapter in den USB-Slot deines Fernsehens ein und verbindest es, wie vorhin gezeigt, auf dem gleichen Wege mit dem Internet. Geräte seinerzeit sind oft lediglich mit einem LAN-Anschluss ausgestattet. Hierbei gilt es einfach, das Kabel vom Router zur Rückseite zu führen und in die dafür vorgesehene Öffnung zu stecken. Ein passendes Kabel findest du in der Videobeschreibung. Eine Grundvoraussetzung hierfür ist, dass der Fernsehen in unmittelbarer Nähe zum Router steht. Ist auch diese Voraussetzung bei dir nicht gegeben, bleibt wohl oder übel, nur die Verbindung über eine sogenannte Set-Top-Box aufzubauen. Beispiele hierfür wären ein Google Chromecast, Amazons Fire TV Stick, Apple TV oder eine Dreambox. Aber auch eine Playstation oder Xbox kann hier als Adapter missbraucht werden. Schließe hierfür einer dieser Geräte an die HDMI-Schnittstelle an deinem Fernsehen an und erfreue dich über die von der Set-Top-Box bereitgestellten Internetinhalte auf deinem TV. Ist dein Fernsehen so alt, dass er nicht mal HDMI-Anschlüsse hat, wird es Zeit für einen neuen. Einen guten, bei dem Preis-Leistung stimmt, habe ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt. Sollte etwas unklar sein oder du hast Fragen bzw. Anregungen zum Video, so stehe ich dir gerne in den Kommentaren zur Verfügung. Soviel dazu. Möchtest du jetzt noch wissen, wie du Medien vom Handy auf den TV übertragen kannst, so schau mal in das jetzt verlinkte Video. Weitere Videos dieser Art findest du auf meinem YouTube-Kanal. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Hau rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.